Nein. Tut mir leid. Ich muss nicht spielen. Schon ganz schön. Breakdance! Auch wenn ich's gleich fort. Ah, dreier Sprung. So, genau. Hey, irgendwie will ich nicht gucken. Ja, warum hast du dann geholt? Ja, weiß ich, aber auch nicht, äh, nur Gruße. Du weißt auch nicht, was du willst, oder? Ich will das hier. Ja, wechseln. Ja, er wechseln. Geht das eigentlich? Kann du wissen, wie du das guckst. So. Und den tun mir immer so leid, wenn die so welche Geräusche machen. Stirb meine Runde bitte. Ja. 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 Das muss sein. Ich muss weiter. Ich muss damit weg. Ich muss. Hm? Ich muss damit weg. aber es war ja schon hatte welche münze war das ist die dritte oder die zweite die erste war allerdings das ist ja die erste ich hasse euch mal muss von da links oben da das geht doch guck mal wie das aussieht sie sind nicht davor drauf der manche ist nicht die richtige dumm kämpfe weil ich gerade so denken das ist immer die zocker muss weiter nach rechts sehr wichtig dass hier ich mache das ist nicht so wie neben ihr block gerica okay wenn aber es mir ist ein grau für wir brauchst du das soll ich schon unter wasser werden glaube ich ja du bist viel schneller das kann man echt gebraucht bei dieser stelle da wurde dieser riesen tentakel kommt da in serien naja aber ist egal ich bin ja jetzt hast du es verschwendet blume da muss mit der strömung mitgehen so geht das ok 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 was machst du denn da witzig aus bei dir kommst nicht ich muss in die lücke rein oder ich hoffe du machst es gerade umsonst weil ich hätte echt gut geholfen nein ja 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 nein doch die erste hast du schon natürlich die falsche witzig 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 die st dass wir wir brauchen die witzig bevor er wenn es nicht die ich habe nicht mal runter hallo du hast du das bitte dann und fähig als du das glaubste ob das ist weil ich nicht so ein schalter jetzt auch logisch ich muss einfach so ich hasse sich also ich muss gegen die strom laufen okay da geht es weiter ich weiß habe ich noch dann aber wie soll man ich habe da reinkommen hatte wofür die goldene rohre die die grüne wo ist die perfekte zweite münze wir haben wir haben es jetzt mal geschafft irgendwie dumm oder im engelsch unten auch das ist ein dummer menschen mann ach so lieb es hier gibt es glaube ich hatte hier ist die zweite münze ist die erste weißt du das ja war wirklich schon haben doch schon mal rein aber einer der anderen kann man reinglaubt ich welche sie dann vielleicht ist okay dann kann man versuchen jemand kann nicht woanders rein die rote auch so gehen oder die rote die sieht auch schon irgendwie verdächtig aus weil die rote ist ja die anderen ja glaube ich habe ich habe nur die stunden ja auch hier stimmt die goldene ne der kommt bekommen nein nein warum wegen das da die 2 die dritte die 2 die dritte münze noch mal riesig nicht hier der rechte eine karte einbauen können jetzt kommen die kinder noch dazu die sind echt dumme menschen da leuchtet da leuchtet was kann ihr der hat sich geteilt zeltteilung schnell 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 da so was wieviel sekunden 50 ich hab nicht kann leben dazu bekommen äh oberstatter ach so unten war die dritte jetzt werde ich einfach drauf scheiße das geht doch schnell ich hab in der 50 kunden stehen jetzt okay auch wenn ich den sekunden sind glaube ich ich weiß es nicht ich hab mich ganz aufgerissen ich hab's engel zuschauer interessiert sich dafür und damit da war das glaubst du glaubst engel zuschauer interessiert sich dafür dass alle müssen wollen ich glaube es gibt welche wenn nicht sind die unendankbar auch die dritte mission die bühne die bühne die bühne die bühne die bühne waren wir hier ja wir waren hier die bühne die bühne die bühne die bühne macht auch spaß macht auch macht auch spaß macht auch spaß trinken ist toll geil so sieht's aus wenn du soll dass ich feste spielst ist das denn 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 lascher hat gerüst hat du wirst du warte wer sagt dass du gleich zum boss kommst wie wie die kiche ist aber du wirst fast in der nähe des bosses glaube ich okay wo haben wir einen fehler gemacht wir sind eine falsche abbiegung gegangen okay war einfach den boss normal mit feuerblume töten da geht es wieder rein oder das ist das ist ein geheim weg wir müssen also okay eines im wkw den weg habe ich mir gemerkt das müssen den anderen weg nutzen also hört gleich auf mich ich glaube wenn er schon auf dem bulli noch mal ein bisschen nach treten ist klar das heißt aber so noch mal wenn das war ich langweilig ist euer problem so ich mache das jetzt nur für mich dann vollständigkeits habe die meisten abonnenten sind auch ein bisschen undankbar muss man sagen warum schreiben so kommentare sagen so spiel das spiel spielen wenn du wusstest dass diese tüler existiert wieso hast du dich genommen wirst du nicht ich hasse dich ha 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 machen wir das gleich so da geht es nicht was es abspringen ich wollte nicht springen muss wieder ganz nach unten da ist die die beste Idee erstmals bis sie mir erst mal der freie Wahn für dich was haben wir zu tun ich weiß aber nichts das muss sie das Spiel zeigen das ist die dort in Bayern jetzt kommst du rechts aus wir sind feierblume holen dann auch schneller töten da macht rechts war die so geldgeil oder da unterscheidet man sich da unterscheiden wir uns nicht mehr mal das was geholt habe ich möchte erst wenn es wichtig ist meine drei sekunden ich merke mir alles was da ist ja hau ab jetzt muss der unteren weg gehen wir sind irgendwie dumm oder wir haben diese welt irgendwie komplett ausgelassen oder sie einfach ausgefeiert worden erzählt die gar nicht komplett durch gespielt haben nein das nicht doch könnte auch sein wir machen die kreis kommen was ein kupas unsere beiden herzwein sind das muss die doch da kommt doch bei mir ist es eher ich guck du brauchst einfach mal durch kiste erwarte doppelte was passt jetzt mehr als egal was denn es ist dann ruhig wer ist das schon bei der d ich bekomme jetzt einfach von rechts wieder doch nicht egal wir sind noch mal noch blume machen wir noch mal direkt noch mal erwartet muss ich muss ich beinahe sie ist oben die dritte ich muss in die rote und kommt ja nicht ich meine allgemein du bist immer alles haben ach ja das braucht aber du willst ein echtes Glück ist nicht gut mit mehr leben wollen ich freue mich auf die geister wird durchrasen micro micro jetzt ein bisschen kaufsorgen kostet nicht so ekelig aus egal zuletzt nur einmal diese riesengleiche das war echt glück ich war dumm ich dachte jetzt wird es geht sind wir kann aber durchlaufen ohne getroffen zu werden ja ich hätte Angst man saß also darf man jetzt der erste musik feierblumen stirb stört dreimal jungen dort ist das sofort holen sollen wirklich rum ist es geschafft ich habe da stehen jetzt gerade nicht gesehen ich wusste es in die das ist auch das leben egal ist wichtig ich will die ganze zeit natürlich hat sich oben er hat sich von gut wie viel da sind weil man liebdings level nicht mal wieder keine drei haben müssen wir ausrichten oh nein es ist nichts ja das leben die buch ist klar ich habe mir dann gedacht hier mit den die post kommt später die leute wissen was ich meine mit ipo hat okay das haben wir dann auch da kann man da kann man hat man die erste münze bekommen ja ja noch mal nein ich weiß es noch habe ich das gemerkt rechts hier rechts bekam man die zweite münze da gab es diese kürbisse dann muss man doch doppelt sprung machen weiß nicht mehr und ich glaube also reingehen kann ich mich für die bestätigung acht mit dem mann das ist das was ich ja das ist mein gedächtnis es hat ja siehst du doch gut dann dass die dritte werde war das schon nix da nicht mal vielleicht war da keine erste links wenn du links gucken wird aber die erste münze wenn du willst hier geht das ist glaubt man von den dorthin glaubt und kommen und was ist damit ich weiß es nicht guck mal den ich weiß auch ich hab hier ist buch doch nicht also dass er genau von warte muss bisschen runterkommen das war jetzt etwas dass er das mit zickmühle geraten spaß wie jeder wird immer zu müssen oder drüben sein jetzt ab hier was bringt das da war glaube ich nicht ich glaube irgendwas brauchst du davon ich gucke mal kurz rein gehen wir nach rechts erst mal angucken wo du genau bist erst mal die gegend abchecken ja so hoch oder wie er macht mal sage ich doch schaffst du schaffst es in einem einen versuch das zu bekommen muss ich gucken leicht oder vielleicht ist nur hier was nein 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 das war schon das ist schon geplant die schütte da oben jetzt geht es um so aber jetzt darfst du das nicht verlieren das ist jetzt die problematik ich will nicht ich bin ich bin sonst komm ich will den sind breakdienst modus breakdienst modus die körper müssen jetzt tot sein ja sind auch gut das war ich würde nicht ja ich warte und soll werden das noch englisch unsichtbaren glück okay du bist echt gut okay du bist echt gut ich komm das ja ich habe es nur 16 soll leicht anfangs weit wieder hin und danach dieses andere mario den grund ja es gab da noch eins eine welt nein das dann was man hier verändern kann ach so dass damals wir wollen wir gehen das ist mein erstes was sie wollen und ich will dass sie nicht haben was macht ich kann es lieber tauschen ok dort ist geschafft ja wo geht es wohl geht es geht gleich der welt